Claudia lügt, Jana begehrt auf und Gigi ist eigenartigerweise fein raus und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning. Renke, wie geht es dir? Ausbaufähig, spät. Und selbst? Ja, in der Tat, es ist ein wenig, es geht an die Substanz. Es ist müde, bin ich, so insgesamt. Sind jetzt auch wieder so ein paar Folgen nacheinander, wo man früher gesagt hätte, so eine 60 Minuten Ausgabe täte mal ganz gut. Ja, heute hat der RTL aber trotzdem dann halt wieder 27 Minuten überzogen. 234 jetzt insgesamt. Insgesamt bei 234 Minuten wären. Ist das schon die Länge, von der mit dem Wolf tanzt? Oder war das? Also, ich sag Bescheid, wenn da einmal... Langfassung 236 Minuten. Ah, siehst du, ich dachte, wenn da Ben Hur reinpasst, sag ich Bescheid. Auch eine gute Idee. Ja, ähm, wie, ja, also, es ist ja nicht so, als würde nichts passieren, ne? Ja. Aber es ist irgendwie alles so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen gewalzt. Vermutlich hätte man, wenn man eine Stunde machen würde oder anderthalb Stunden, tatsächlich ein bisschen was streichen müssen. Ja. Und weil man sonst, wäre, glaube ich, das Tempo zwischen den einzelnen Segmenten zu groß und man könnte auch nicht so viel zeigen. Aber vielleicht wäre es besser, habe ich den Eindruck. Man würde sich so ein bisschen, ähm, äh, fokussieren auf bestimmte Sachen, die passiert sind. Und würde nicht so die ganze Zeit so ein bisschen so dahin plätschern. Aber das scheint halt irgendwie auch so das Fernsehen, äh, der letzten Jahre immer mehr zu sein. Äh, große Sachen, sehr lange ausreizend, weil man damit auch Werbung verkaufen kann. Ähm, tut dem, also man könnte, es ist, also, verstehe mich nicht falsch, ich finde die Staffel wirklich gut. Ja. Ich finde den Cast sehr gut zusammengesetzt. Wirklich gut, gut zusammengestellt, ausgewogen zusammengestellt, funktioniert. Wie ich finde, also, ich will nicht sagen, es ist nicht das beste Camp aller Zeiten oder so, aber es ist, es ist gut. Es gab auch Jahre, da haben wir hier uns vor Langeweile, äh, gegenseitig, irgendwie, weiß ich nicht, angeschwiegen. Gibt's nicht, ist, ist hier nicht der Fall. Aber dennoch mit so ein bisschen Straffung, mit so ein bisschen mehr, mit so ein bisschen mehr wegschmeißen, äh, Darlings killen und so, könnte das einfach ein schöneres Camp sein, ist aber in der heutigen Fernsehlandschaft, glaube ich, so nicht mehr möglich. Ein bisschen schade. Ja, in der Tat, es ist, äh, es geht ein bisschen lang, äh, Ben Hur passt in der Touch bereits rein, 222 Minuten, hat gerade mein 30-köpfiges Recherche-Team rausgefunden. Entsprechend, äh, ja, wäre Straffung. Aber andererseits gibt es halt so, zum Beispiel war ein Beitrag, das so drei Minuten drum handelte, von Klo-Dienst, wo, äh, Cosimo und Lukas, äh, den Bottich wegbringen. Also, Lukas sagt an, Cosimo, hilf mir mal. Äh, und den, den Bottich mit, wie sagt er, Pipi und Kaka. Aber, der Mann ist über 50, by the way, mit den Ausscheidungen wegzubringen. Äh, und Cosimo, naja, ist halt Cosimo, paar Wirkgeräusche, äh, fuhr eklig, das Übliche. Und dann später ging es ja in dieser, da kommen wir ja auch gleich zu dieser großen Gruppe, und da war das halt Thema. Ich glaube, man hätte es leider, also muss es zeigen, das wäre eigentlich so wegschneidend Material gewesen, aber man braucht es einfach quasi hintenrum wieder so ein bisschen den Kontext herzustellen zwischen allem. Aber vielleicht hätte auch eine kurze Zeitblende zurück deinem Moment auch gereicht. Du meinst mit Kontext so ein bisschen so eine, so eine Lästergruppe, beziehungsweise, was heißt Lästergruppe, so eine, ja, so, ähm, äh, so Smack-Talk. Und irgendwie du hier, äh, du fängst ja sowieso bei jeder Kleinigkeit an zu wirken und so, so kleine, kleine Sticheleien. Ähm, was ist denn los mit, mit Lukas Cordalis? Er ist ein bisschen, er wird immer, ich finde, er ist ein bisschen auffällig. Naja, er verliert, er verliert halt seine geplanten Maske, der ist einfach scheinbar einfach ein Arschloch. Ich lasse ihn jetzt raushängen. Äh, das hat man ja gestern oder vorgestern schon gesagt und irgendwie bestätigt sich das immer so, immer mehr so ein bisschen, ne? Ja, aber auch immer, er fühlt sich sehr sicher in dieser Clique, äh, mit ihm, Papis, Claudia, Cecilia hängt da ein bisschen, immer noch ein bisschen dran. Und die haben sich irgendwie ein bisschen eingerichtet als so, so eine, äh, Gruppe. Sie hatten ja, das erste Opfer war ja Tessa und man hatte, äh, Tessa half ihnen ja durch, äh, ihr Verhalten ja zusätzlich. Man hatte immer das Gefühl, dass Tessa, Tessa vor allem dran schuld sei, aber langsam werde ich den Eindruck nicht los, dass die Hauptschuld, äh, eher in dieser Viererkonstellation ausgeht. Und sie haben sich halt ein neues Opfer gesucht mit Cosimo. Und da merkt man plötzlich, boah, was sind das für hässliche Menschen? Was, also, aber wie, ich meine, bei Lukas hat mir das jetzt schon ein bisschen, ein bisschen angehauen. Mittendrin ist ja auch Claudia und zwar auf so eine ganz, ganz eigenartige Art. Auf eine sehr gehässige Art eigentlich vor allem. Ja, sehr gehässig, aber jetzt nicht so, ähm, jetzt nicht so laut, wie Cecilia das war mit, mit Tessa, sondern eher so, ähm, ja, die verteilt immer so Tiefschläge die ganze Zeit. Und schreit auch nicht, sondern die macht eher jetzt immer so ein, äh, in Form von, ähm, äh. Es fällt mir natürlich, es fällt mir natürlich ein knackiges Beispiel, woran ich das festmachen könnte, aber das ist immer so eine, naja, ach genau, nee, nee, hier, mir fällt mir doch eins ein. In der Schatzsuche. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mit Jamila. Naja, ist da alles daneben, alles daneben. Als Jamila es nicht hinbekommen hat, diesen komischen, äh, Helmbottig, dieses Glas, Helmglas, vernünftig auszukippen. Nee, alles daneben, alles daneben, anstatt sie zu sagen, geh einen Schritt zurück, geh zur Seite, ja, jetzt kippen. Oder leite sie an. Ordentlich. Alles daneben, alles daneben, und zwar auch so richtig herablassend und böse. Es war schon, wie gesagt, die, die treten beide in Pedale und Claudia, äh, äh, von vorne, muss auch mal treten. Und als es dann das Auskippen ging, hat Jamila, hat ihr das nicht geholfen, hat sie quasi, hat mit der Hand einfach so angeleitet, dass nichts da vorbeigeht. Claudia hat keinen Finger gekrümmt und wirklich einfach nur, einfach in so einem Tonfall, äh, äh. Und dann die ultimative Krönung war ja diese Lüge aus Rache. Du meinst mit der, mit der Lüge, die sie hätten ausgeschlagen, um dann für alle die Chips mitbringen zu können. Ja. Ja, aber ist es für dich überraschend, dass Claudia jetzt so grantig wird, so böse? Ja, aber es ist nochmal ein Unterschied, grantig zu sein und einfach hinterhältig böse, weil das ist genau das. Grantig ist, ist nochmal was anderes tatsächlich, finde ich. Ja, okay, aber. Du hattest, du hattest in den ersten Folgen mit Damilia, Damilia hat, und Claudia hatten so eine, so eine Tantigkeit, so eine weibliche Waldorf und Stadtler. Das war halt, das war einfach eine freundliche Gehästigkeit, aber es war halt einfach alles auf einem, immer noch fair und einfach nicht schlimm. Das ist einfach nur bösartig. Das ist einfach nur, äh, kaostiftend. Das ist einfach nur. Meinst du, Verena hat sie runtergezogen? Ja. Und auf dem Niveau ist sie geblieben? Ja. Oder glaubst du, ähm, dass Claudia eher einfach jetzt auch durch die, die Verschleißerscheinungen, die eintreten, dass da jetzt eh nicht über Lukas so ein bisschen das wahre Ich, ich, äh, herauskommt? Also ich hab tatsächlich ein bisschen den Eindruck, dass sie am Anfang, ähm, in ihrer Rollenfindung von Verena beeinflusst wurde. Und diesen Weg, der dann eingeschlagen wurde, ein paar Tage lang, den jetzt nicht mehr, nicht mehr verlassen kann. Und das eben durch, äh, ja, Essensmangel, Schlafmangel und die ganzen Umstände, auch die, ähm, die stinkigen Handtücher, dass es dadurch beschleunigt wird. Das kann gut sein, aber ich glaube, ein Kern dieses, dieser Hässlichkeit besteht. Das ist ja nichts, was, äh, nach irgendwie zehn Tagen und Boden einfach aus Leuten rauskommt, sondern diese, dieser Essens- und Schlafmangel distelliert ja nur Persönlichkeits, äh, Kerne. Ähm, entsprechend hat man das auch bei Papis gesehen, der so einen, vielleicht ist es aus so einem Antrieb, ich hab's ja geschafft, mit meinen eigenen Händen und Füßen, Kraft und überhaupt, ähm. Und dann diese wirkliche, äh, dieses Runtertreten gegenüber Cosimo, das war wirklich auch unnötig, weil Cosimo seit zwei Tagen wie ein Schwein leidet tatsächlich. Man sieht es ihm an, ihm gut ist auch körperlich scheiße. Ist mir völlig unverständlich, wie die, äh, den Arm so, so rund machen können die ganze Zeit. Also ich, das verstehe ich, verstehe ich gar nicht. Aber die haben sich einfach das nächste Opfer gesucht. So einfach ist es. Das ist, das sind Menschen tatsächlich, ich glaube, Cecilia, Papis, Claudia, sind Menschen, die sich über, die, ähm, über quasi das Schlecht-, also das, das, äh, Niedermachen von anderen Menschen definieren. Wenn andere Leute schlecht dastehen, stehen sie gut da. Mhm. Ja. Das mag, das mag tatsächlich so sein. Das hätte ich bei Papis allerdings irgendwie nicht so richtig erwartet, ne? Das kommt jetzt auch immer erst in den letzten Tagen raus. Das ist der schlechte Umgang. Das ist der schlechte Umgang. Das ist der schlechte Umgang. Ja, ja. Ganz, ganz schlimm. Aber ist es, wie, wie kommt das denn, wie, also ich frage mich die ganze Zeit, Cosimo ist ja sehr offen mit dieser Pizza-Geschichte umgegangen und hat sich auch, ja, hat sich so richtig krass entschuldigt, aber hat es thematisiert, hat gesagt, er wird es nicht nochmal machen und er ist da in Versuchung geraten und er weiß es nicht richtig und so, zeigt Reue. Bei Gigi, bei Gigi keine Spur und der wird überhaupt nicht angegangen. Der ist, der kommt komplett glatt aus der Nummer raus. Wie, wie kann das sein? Also, diese, das ist das, ist das, also, ich sag dir, was es ist. Ein bisschen zurückhaltender ist er ja. Ich sag dir, was es ist. Es ist Ageism. Weil Cosimo wird gedacht, der ist ja reif, der ist ja alt, der müsste es ja besser wissen. Gigi wird noch als so, der ist immer noch zu jung für die meisten dort, für die Truppe dort und deswegen wird er einfach als kindliches Verhalten abgebucht. Ich frag mich die ganze Zeit, ob Gigi das nicht schnallt, die Situation gut lesen und verstehen kann, dass wenn er jetzt einfach die Klappe hält und das nicht thematisiert, dann auch keiner mit ihm drüber spricht und immer, wenn das Thema aufkommt, er sich so ein bisschen einfach raushält und ob er damit so ein bisschen bauernschlau umgehen kann. Aber das kommt noch hinzu. Eigentlich, ja, ich weiß nicht, das traue ich ihm intellektuell aber gar nicht so richtig zu, muss ich ja. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht mal, vielleicht ist es nicht mal eine bewusste Entscheidung, sondern er hat im Zweifel einfach keinen Bock darüber zu reden. Das ist, glaube ich, keine strategische Entscheidung, sondern eine Effizienzentscheidung. Ich habe keine Lust darüber zu reden, also werde ich es auch nicht ansprechen und wenn das Thema aufgeht, gehe ich einfach oder lenke das Thema anders ab. Und man merkt schon, dass er das ihm bewusst ist, als Claudia halt darüber berichtet hat oder gelogen hat darüber, dass sie halt diese Bolognese abgelehnt hat, hat er nur den wunderbaren Spruch gedrückt, was für ein Vorbild. Also es kommt auf jeden Fall kommen jetzt so die schlechteren Seiten der Camper zum Vorschein und zwar eigentlich auch durch die Bank bei allen so ein bisschen. Ja. Sogar bei Jana. Ja. Sehr, sehr interessant, die am Anfang ja, wie sagt man, eine Ansprache gehalten hat, sie ist total genervt, wie sich die Leute hier benehmen. Es war ja auch gestern schon so ein bisschen im Ansatz zu sehen, jetzt noch mehr, es wird ihr zu viel geredet und man sollte ja auch mehr trommeln, das habe ich nicht verstanden, was das soll. Sie können ja auch mal trommeln, wenn man das nicht mal aushält, mal irgendwie eine Minute lang zu trommeln, da muss irgendwas, hat die wieder so einen Workshop gegeben oder so, das vorgefallen sein muss. Hast du das mitbekommen oder haben sie es nicht gezeigt? Naja, es ging darum, dass sie halt da so ein bisschen versuchte, die Leute wachzuhalten mit ihrem Trommeln und so ein bisschen schnipsen und so ein bisschen musikalisch sein, während der Rest des Campes vegetierte und Papes davon genervt war. Aber halt das, anstatt in so einem Ton zu sagen, ey, tut mir leid, wir sind alle ein bisschen müde, magst du das bitte sein lassen, sondern so ein, so einem Schnäppischen, lass das mal oder brauchst das nicht tun, dass du sowas gemacht hast. Ah, okay, ja, nee, dann habe ich das falsch, okay, dann habe ich das nicht zusammengebracht, ich dachte, dass jemand mit dem Trommeln doch wieder irgendwas anderes, okay. Nee, genau, also ich kann verstehen, warum Jana das tat, ich glaube, die kommt tatsächlich auch mit der Situation nicht klar, ich glaube, die hat sich das auch einfacher vorgestellt, dass sie einfach so zwei Wochen durchmeditiert oder so, dummerweise sind da andere Menschen, das hat sie unterschätzt. Nichtsdestotrotz ist das so eine komische Situation, ich hatte gestern gedacht, dass sie nicht die Schumann-Energie aufbringt, aber jetzt lässt sie dummerweise durchblitzen, dass sie wirklich keine Lust mehr hat, wirklich, wirklich keine Lust mehr hat und damit hat der RTL-Zuschauer Blut geleckt. Heute ja auch schon wieder, ne, das hätte man vielleicht bekommen, aber nicht die wenigsten Anrufe. Nee, das war diesmal Cecilia, ich fiel sehr zurecht, Cecilia kann gerne raus, sie hat ihre Aufgabe erfüllt, seit Tessa weg ist es sie auch langweilig, sie existiert nicht mehr, weg mit ihr, gerne. Nö, der Plot hat sich erledigt, da braucht man auch nicht beide Parts davon. Ja, ich finde, du hast auch recht, du hast absolut recht. Und Jana wird immer noch so genug viel Stimmen bekommen, dass halt die letzte Person, die quasi rausfliegt, also wirklich Prozentpunkte runter sind. Ich glaube, wir werden es wieder sehen, wenn der RTL das veröffentlicht. Heute ging dann ja niemand und Sonja sagte, wir haben eine Sendung mehr und die Camper haben sofort angefangen, das irgendwie durchzuzählen. Ich habe das auch gemacht, ich kann, ich komme nicht drauf. Also so, ich kläre mal auf. Der RTL hat das schon im Endeffekt Dezember angekündigt, normalerweise ist das Finale am Samstag und die Baumhau-Show ist am Sonntag. Das war quasi seit Jahrhunderten the way to go, so war es immer und so dachten wir, wird es auch immer bleiben, aber nein, das Finale wurde um einen Tag verschoben. Es ist jetzt Sonntag, das heißt, wir haben eine Sendung mehr. Achso, ah, okay. Eine Sendung mehr, wo der RTL massiv überziehen kann, wir sind alle am Montag richtig groggy, weil der RTL dann bis ein Uhr morgens durchsendet. Gott. Ich weiß nur nicht, wann dieses Baumhau-Komic, vielleicht skippen die, weil die war eh immer so ein bisschen, da war das große Wiedersehen eine Woche später auch nicht besser. Also ich habe es selten gesehen, immer nur so ausschnittsweise, aber zumindest reichte die Woche ja immer dazu, dass quasi alles nochmal so ordentlich durchgekochert werden konnte. Die Bild konnte man machen, alle konnten was nachgucken, alle konnten die Fronten machen, da gab es immer Konfro. Ja, dann werden sie wahrscheinlich das irgendwie ein oder zwei Tage später drehen und dann einfach am Samstag ausstrahlen, ne? Aber das ist ein krasses, das habe ich gar nicht mehr so, aber dann lassen wir jetzt mal weiterzählen. Wenn wir jetzt also, nach der Dienstagsepisode sind wir auf acht reduziert. Ja. Nach dem Mittwoch auf sieben, nach Donnerstag auf sechs, nach Freitag auf fünf, nach Samstag auf vier. Passt ja immer noch nicht. Ja. Äh, aber fliegt denn nicht immer am Anfang des Finales einer sofort raus, sonst bleiben drei übrig? Nee. Wie war das denn? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Also wir haben, also heute ist keiner rausgefunden. Wie viele sind jetzt noch im Camp? Neun. Neun. Also morgen geht einer, dann ist quasi die Dienstagssendung. Nach der Mittwochssendung haben wir dann noch sieben. Mhm. Donnerstag sechs. Donnerstag sechs, Freitag fünf. Nach Freitag fünf, nach Samstag vier. Es muss noch irgendwann doppelt einer mehr gehen. Ja, aber es hat ja vorher auch schon immer gepasst, oder? Jetzt sind wir selber genauso verwirrt wie die Camper. Wir zählen das nochmal in Ruhe nach und melden uns nochmal. Nee, warum nicht? Das haben wir gerade zweimal in Ruhe nachgezählt. Ich hab's ja vorher auch schon mal gezählt. Es kommt nicht auf. Irgendwas ist da kaputt. Ja, okay. Tatsächlich, also laut Wikipedia ist für den 28. Jahr noch zweimal rot. Okay, das ist wunderlich. Also auch die Wikipedia zählt zweimal tatsächlich. Also zwei, an einem Tag werden zwei Leute rausfliegen. Und die Wikipedia sagt am Samstag voraus. Weiß die Wikipedia mehr? Nee, ich glaube, das ist einfach nur, das ist quasi der letztmögliche Moment, wo zwei rausfliegen können. Ich würde da jetzt noch nicht viel hinterher interpretieren. Ah, aber das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, das am Tag vorher zu machen, ne? Dann hat man nicht so ein Langweiler-Camp mit vier Leuten. Das kann gut sein. Na gut. Hat dir denn Janas Blick Angst gemacht? Nö. Mir auch nicht. Also das ist einfach, also sie ist kurz davor, Chef zu rufen. Ja. Lieutenant Commander Jansen anzurufen. Und der holt sie raus, zusammen mit ihrem Anwalt und ihrem Manager. Dann kämpfen sie gemeinsam gegen dieses Terror-Regime, dieser stinkenden Handtücher. Ja. Was erwartest du dir für morgen? Ich erwarte für morgen tatsächlich, es wird the same, also dasselbe sein, wie wir so heute gesehen haben. Es schwelt so ein bisschen rum. Ich würde mir tatsächlich mal eine Dschungelprüfung mit Amelia erhoffen. Ich glaube, sie wird es aber nicht machen, weil sie sprechen sich ja natürlich alle ab dort. Das zeigt die RTL aber nicht. Ja, ganz klar. Weil sie die Schatzsuche gemacht hat. Aber ich hoffe, da kommt nochmal was. Ich würde gerne Amelia nochmal sehen und ihr auch die Chance geben, sich nochmal zu beweisen. Cecilia wird gehen wollen. Cecilia wird gehen wollen. Cecilia wird auch gehen. Und wir werden halt sehen, wie quasi dieses Trio Claudia, Lukas und Papis immer hässlicher werden. Und ich weiß nicht, ob sie Cosimo wirklich weiter triezen. Also wahrscheinlich werden sie ihn weiter triezen. Ich hoffe, Cosimo hält das aus und sagt nichts Dummes. Sondern geht ihn im Zweifel aus dem Weg und zeigt einfach Stärke. Cosimo liegt übrigens in meiner Gunst derzeit vor Julina, weil er ungerecht behandelt wird. Und Julina überragterweise wenig gesagt hat zu dem Thema bisher. Sie hat sich sehr zurückgehalten. Nee, ja, doch. Also direkt als sie rauskamen, hat sie ja was gesagt. Auch ziemlich deutlich. Dann haben sie die vier Eier da liegen lassen. Und das wäre ja generell mal gut, wenn die beiden mit vier Eiern hier ankämen. Nee, ich meinte jetzt gerade, dass ich vorhin bei dieser Mobberei tatsächlich. Da hätte ich mir erwartet von Julina, dass sie sagt, ey Leute, lasst mal gut, das Thema ist jetzt durch. Das hätte ich von ihr tatsächlich erwartet. Kam aber nicht. Nee, also was ich so interessant finde ist, oder was Cosimo in meiner Gunst so hat steigen lassen ist, dass er was falsch gemacht hat, aber das irgendwie bereut und man ihm das total anmerkt und er trotzdem fertig gemacht wird, das ist einfach eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Also da könnte man auch, keine Ahnung was, einen Film, eine Serie oder so drüber machen über jemanden, der so ein bisschen konfliktet ist, der sicherlich auch nicht immer alles richtig gemacht hat, der ist aber im Kern, das kann irgendwie jeder spüren, im Kern steckt da ein guter Kerl drin. Tief, tief vorhanden, tief drunter unter der ganzen Madonna ist ein guter Kerl. Ja, in der Tat und deswegen ist tatsächlich Cosimo wunderbar in meine Top 3 aufgestiegen, ich sehe da weiterhin Damilia und noch Julina, noch, aber ehrlich gesagt möchte ich keinen anderen dort in dieser Top 3 sehen, einfach aus Prinzip schon. Da bin ich dann dogmatisch. Ne, ich glaube es sind Julina, Cosimo und Lukas. Du hast doch immer gesagt, dass der langweilig ist und sofort rausgewählt wird, warum stimmt das nicht? Der ist langweilig. Warum hast du keine Ahnung? Ja, ich muss mich jetzt mal korrigieren, weil ich glaube der hat einfach Fans, Dennis. Oh nein! Der ist das, was du über Markus immer vermutet hast. Nein! Guck mal, der kommt aber aus so einer komischen Mallorca-Dynastie, der ist der Ehemann von Daniela Katzenberger. Ja, der Fliegersohn von Peter Klein und ganz Deutschland kennt er als Peter Klein, ich weiß. Was ist das eigentlich für eine Nummer? Ist das ausgemacht? Also haben die sich das überlegt? Ist das diese Fremdgehe-Geschichte? Alle Seiten dementieren es, dass da Fremdgehen passiert ist. Stand jetzt. Ja, natürlich, das dementieren natürlich alle, aber trotzdem hat Iris Klein diese Insta-Story geschrieben und dann irgendwie die gemeinsamen Fotos gelöscht und so. Das bringt auch Aufmerksamkeit ohne Ende. Ach, du meinst, ob das geplant ist? Ja. Es ist immerhin der Kleinteil der Familie, das könnte ich mir das nicht vorstellen. Man konnte auf Bild.de lesen, dass es zwischenzeitlich eine Krisensitzung gegeben habe bei Daniela Katzenberger zu Hause, bei der Mutti zu Hause und Daniela und auch Jenny sind wohl beide angereist. Und man habe sich besprochen. Das spricht ein bisschen dagegen, dass das alles inszeniert und abgekatert war. Allerdings weiß man natürlich auch nicht, das könnte ja auch sein, dass es zu einem guten Plan dazugehört. Ich traue jetzt alles denen zu, das ist so schlimm. Irgendwie schon, aber vielleicht ist es einfach doch auch eine Nummer zu gut dafür, dass es inszeniert ist. Wer weiß. Jedenfalls hatte noch der Windows Radar Weisenthaler Bild, hat sich darüber berichtet, dass Marc Terencey sehr viel Geld bekommen hat für seine Gastauftritte dort beim Dschungelcamp. Ja. Und ungefähr die Hälfte das, was seine zukünftige Frau bekommen hat. Und er muss jetzt dafür nicht mal hungern und schlecht riechen. Und der RTL hat vermutlich oder auch nicht die halbe Million für Frau Effenberg, die bisher nicht abgeliefert hat. Weder haben wir Juicy Bits von Stefan Effenberg bekommen, noch über ihre privaten Problemchen. Ich würde mein Geld zurückfordern, RTL. Ja, aber das war doch ein Gesamtpaket. Die hat doch auch mehr noch versprochen. Es gibt doch noch ein paar andere Sachen, an denen sie teilnehmen muss. War das nicht so, dass das gewinkelt wurde? Also das ist nicht nur diese Verpflichtung zu dieser einen Show gehabt, sondern mehrere? Ja, wer weiß. Aber ich möchte gerne, die soll hinsetzen und einfach Geschichten erzählen. Und zwar richtige Geschichten. Nicht von irgendwelchen Alligatoren, die sie mit Kamera, nicht existierenden Kamera-Handys irgendwo in Florida fotografieren möchte. Ja, aber irgendwie passiert das, glaube ich, nicht mehr. Es ist irgendwie... Ich dachte, mit Markus ist das Camperzeug ausgezogen. Aber man hat die Camper-Geschichten dagelassen. Die werden immer so weitergegeben. Double it and give it to the next person. So. Ich glaube, wir haben es für heute, oder? Wir haben es für heute. Das war ja unser Dschungel-Dingsi. Wenn ihr uns folgen wollt auf Twitter, da kommentieren wir live dazu, zu den Sendungen. At Dschungel-Pod. Außer ich habe die Sendezeit verpeilt. Außerdem könnt ihr uns unterstützen mit Sternchen auf Apple Podcast und Spotify. Vielen Dank für die Leute, die es bisher getan hat. Und für die ganz wagemutigen könnt ihr uns ein paar Groschen in den Hut werfen. Alle Informationen dazu auf dschungelpodcast.de unterstützen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und ansonsten hören wir uns einfach morgen wieder. Ja. Wie immer. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.